Dieser Mann hat mir gestern einen Heiratsantrag gemacht, ja, und hat gesagt, dass ich hier auf ihn warten sage, also warte. Er hat einen Abend mit dir verbracht, nun will ich gleich heiraten. Ich brauch's doch in Harkberg. Er zahlt mir 100.000 Mark. Geh zum Stealth. Ich brauch Startkapital. Was riskiere ich denn schon? Vergewaltigung, Entführung, Magen, Totschlag. Dafür müsst ihr mich nicht extra heiraten. Nur weil sie es nicht verstanden ist, so dual haben sie gewusst. Sie haben gesagt, ich hätte einen Wunsch von. Ja, aber da wünscht man sich doch nie eine Hochzeit. Na, wird's was? 100.000. 100.000. In Bahn. In Bahn. Keine ehelichen Pflichten. Ich meine, wird's was mit meiner Pizza? Das wäre alles nicht passiert, wenn sie gleich losgefahren wären. Ach, jetzt bin ich schuld? Das war mein Bruder mit zehn Gorillas. Ihr Bruder? Der Kronprinz der Moskauer Unterwelt. Ach du Scheiße. Willst du am helllichten Tag einen Kleinkrieg starten? Guten Abend, Jungs. Katja Riemann. Also irgendwas habe ich hier nicht ganz verstanden. Hannes Jenecke. Habe ich irgendwas falsch gemacht? Und Heinz Hönig. Ich wünsche mir Glück, Kleiner. Nur aus Liebe. Ab 18. April im Kino. Ab 18. April im Kino.